Weiter Suchplätze! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Bebek dich! 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 Ich suche Roche! Bebek! 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 Bebek dich! Bebek! 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 Ich sterbe. Der Mann, den wir treffen wollen, wartet sicher schon. Bereit? Der Kontakt wartet beim Schachclub. Bringen wir es hinter uns. Dein Kontakt? Wer ist das? Schlüpfriger Kerl. Wären die Umstände anders, hätte ich nichts mit ihm zu tun. Heißt das, dass du ihm nicht vertraust? Ich vertraue niemandem. Auch dir nicht. Geh mir. Geh mir aus dem Weg. Irgendetwas stimmt nicht. Dann lass es uns rausfinden. Und dann lass ich die Umzwischen. Bringen wir siehst. Dann hast du jetzt eine große Herausforderung gesagt. Es ist, promieste, inousse ein Männ TWICE. Aus dem Flughafen... Schach. Matt. Es heißt, Schach sei das Spiel der Könige, das es einem strategisches Denken lehre. Was für ein Schwachsinn! Beide Seiten spielen mit gleichen Figuren. Die Regeln sind dieselben. Was hat das mit dem echten Leben zu tun? Hexer, weißt du, warum ich Schach spiele? Ich spiele Schach, um das Geheimnis des Spiels zu lüften. Blut fließt durch die Adern dieser Schachfiguren. Man muss nur hinhören, dann hört man es. Tadam, Tadam, Tadam! Ein Herz voller Leben. Ich schlage einen Bauern und höre, wie ein Leben erlischt. Ich gewinne eine Figur und höre ihre Schreie. Ich möchte diese Schachfiguren aufbrechen, die Wahrheit aus ihnen herausquetschen. Verstehst du, was ich meine? Nein, ich verstehe es nicht. Du verstehst es nicht, weil du kein König bist. Bauern sehen nur die Kameraden an ihrer Seite und ihre Gegner auf dem Feld gegenüber. Ein König sieht das Schachbrett anders. Seine größten Feinde umgeben ihn. Nein, die eigenen Figuren können ihn einsperren. Und das bedeutet Schach und Tod. Weißt du, Hexer, Schach ist die Kunst, die eigenen Figuren zu opfern. Verstehst du es jetzt? Ich glaube, jetzt verstehe ich es. Unwichtig. Reden wir. Warum hast du den Hexer hergebracht? Das kann er euch am besten selbst erklären. Ich suche Zyprian Willi, Hurensohn Junior. Ich weiß, dass Redanien ihn unterstützt. Warum suchst du ihn? Das ist eine persönliche Angelegenheit. Na schön. Ich frage nicht weiter. Ich habe Junior in einem Anwesen in Ochsenfurt untergebracht. Nur wenige wissen davon. Sie werden dich nicht ohne Ankündigung reinlassen. Also musst du ihnen sagen, dass du wegen der neuen Huren kommst. Junior verlangt ständig nach neuen Frauen. Er soll sie schlecht behandeln. Ihr überlasst mir einfach den Mann, in den ihr Zeit und Geld investiert habt. Warum? Sieh es als Geste des guten Willens. Zumindest fast. Dafür erwarte ich einen Gefallen von dir. Und Junior hat seine Nutzen verloren. Die großen vier gibt es nicht mehr. Ich werde zu gegebener Zeit an dich herantreten. Geh jetzt. Und du, Roche? Wir unterhalten uns ein andermal. Radovid versinkt scheinbar immer tiefer in seinem Wahnsinn. Ich weiß jetzt, wo ich Junior finde. Alles andere ist mir egal. Geralt, mir fällt ein, dass ich dich auch um einen Gefallen bitten möchte. Ich habe ein großes Problem mit Vess. Ich brauche jemanden, der sie zur Vernunft bringt. Komm zu mir ins Lager. Dann erzähle ich dir mehr. Lass mich drüber nachdenken. Bis dann, Roche. Wie mit dem Hexen kurzen Prozess. Und dann bist du da. Ich langheule mich so, dass ich kotzen könnte. Alle Hexen, die einfach zu kriegen waren, sind schon verbrannt. Und ich könnte eine schnelle Nummer vertragen. Ich weiß nicht, wie mit dem Hexen. Sei gegrüßt. Sieben. Ach, das willst du denn? Natürlich. Wir reden noch von Rüstungen, richtig? Klar, wovon denn sonst? Lass mal sehen, was du anzubieten hast. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was willst du? Wo ist Horensohn Junior? Oh Mann. Schwer von Begriff, was? Ich kenn dich, du Dreckschwein. Du hast Olgat und Vic umgebracht. Oh, das muss ein Missverständnis sein. Holen wir uns den Bastard! Du bist so gut! Jetzt links! Links! Verdammt, bist du hässlich. Du bist reingekommen. Töte dich! Stimmt, Schwachkopf! Jetzt komm schon! Los! Auf ihn! Stimmen! Stimmen! Tötet den Bastard! Schlacht ihn! Schaltet ihn! Komm schon! Komm näher! Oh! Ich spate ihn! Ah! Ich spate ihn! Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Sie wurde an die Wand genagelt. Sie wurde an die Wand genagelt. Was soll das sein? Verfick nochmal! Oh, scheiße! Hilfe, verflug nochmal! Es kommt keiner. Halt! Was? Was willst du? Hallo, Junior. Wir müssen uns unterhalten. Ich mach alles, was du willst! Fangen wir mit ein paar Fragen an. Ich werde dir alles sagen. Ich suche eine junge Dame und einen Baden und ich weiß, dass du sie getroffen hast. Eine Tussi? Was für eine Scheißdose! Aschblondes Haar. Aschblondes Haar. Ich will eine Menge Leute umbringen. Ich will eine Menge Leute umbringen. Ein paar haben versucht, mich aufs Kreuz zu legen oder zu lügen. Hat mir nicht gefallen. Wenn ich noch eine Lüge höre, ist das Maß endgültig voll. Dann mach ich etwas, das mir im Nachhinein Leid tun wird. Was? Ist dir jetzt klar, warum du mich nicht anlügen solltest? Ja! Gut. Sag mir, wie du die aschblonde Frau getroffen hast und was mit ihr passiert ist. Was mit ihr passiert ist? Sie hat mich angegriffen! Noch eine Lüge, dann schneide ich dir die Eier ab. Wir hatten eine Abmachung. Ich sollte ihr magisches Fühlerdings reparieren. Dafür sollten das Mädchen und der Sänger mir Sigi Räufens Schatz besorgen. Das haben sie nicht. Da hab ich vielleicht etwas überreagiert. Was hast du getan? Ich hab mir diesen Dodo geschnappt und gewartet, dass sie ihn holen kommen. Da! Das Ding da! Das sollte ich reparieren. Ein Phylakterium? Sowas kannst du reparieren? Ich nicht. Aber ich kenne jemanden. Du vergeudest meine Zeit, Junior. Ich will Details wissen. Ich sag's dir ja. Ich sag dir alles. Aber es war nun mal so. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Beruhige dich, Rittersporn. Wir können Dodo nicht den Hurensohn Juniors Gewalt zurücklassen. Das weißt du. Ich weiß ja. Aber erzähl das mal in meinem Bauch. So sympathisch mir Dodo auch ist. Ich kann's einfach nicht ausblenden. Ich geh doch allein. Du wartest draußen. Ich kann dich nicht im Stich lassen. Wenn dir was passiert, reißt Geralt mir den Kopf ab. Jemand muss unseren Rückzug decken. Es wird Ärger geben. Es könnte turbulent werden. Wir müssen schnell fliehen und in der Menge untertauchen. Hast du rausgefunden, wo Hurensohn Dodo gefangen hält? Im Zimmer, ganz oben. Mit dem Balkon. Ich muss aufs Dach. Warte vor Juniors Haus auf mich. Ich weiß schon, das wird dir nicht leicht fallen. Aber versuch bitte möglichst unverdächtig auszusehen. Wenn sie dir wehtun, wird Hurensohn dafür bezahlen. Ich muss aufs Dach klettern. Ein Zimmer ganz oben mit dem Balkon. Da ist der Balkon. Mal sehen, was im Zimmer ist. Und jetzt, mein lieber Dodo, versuch ich's mal mit was anderen. Das hier ist mir zu langweilig. Du bist verrückt, Junior. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Nein, die meisten finden mich nett, wenn sie mich erst kennen. Dann schließt du also gerne neue Bekanntschaften? Willst du mich etwa mit jemand Interessantem bekannt machen? Da bist du ja. Gut, dass du kommst. Ich hab auf dich gewartet. Auf die Knie, du Schlampe. Ich schlitz dich auf, du kleine Hure. Wo ist Hurensohn? Ich schlitz dich auf, du kleine Hure. Wo ist Hurensohn, Schatz? Auge um Auge! Sie kommen! Dudu, hör zu, wir machen es so. Ah, schnapp die verdammte Hure! Das war's, jetzt bist du dran! Los, auf ihn! Komm schon! Na Luder, holt euch das Luder! Ha! Mama! Ja! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Ja! 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 Du hab's! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Du scheinst deine Angelegenheit geklärt zu haben. Zeit für deine Gegenleistung. Radovid wartet wohl nicht gerne, wie? Nein, tut er nicht. Komm mit! Die Ochsenfurt Tretogor. Einst das Kronjuwel der redanischen Flotte, aber inzwischen stillgelegt. Schönes Schiff. Du musst deine Waffen abgeben, wenn ich dich an Bord lassen soll. Folge mir! Das Schiff wurde mit Spenden finanziert. Von Edelfrauen. Damen der größten Familien gaben ihren Schmuck. Ein spontaner Anflug von Patriotismus. Du bist ein heimatloser Wanderer. Du verstehst nicht, was es heißt, sein Land zu lieben. Da bist du ja. Wie kann ich euch dienen, eure Majestät? Du hast noch nie ein Blatt vor den Mund genommen. Nun gut. Finde Philippa Eilhardt für mich. Das ist mein Wunsch. Ich habe einst befohlen, ihr die Augen auszustechen. Aber scheinbar hat das nichts gebracht. Meine Jäger haben Herren Eilhardt östlich von Ochsenfurt aufgespürt. Sie scheint den Zugang zu ihrem Unterschlupf magisch versiegelt zu haben. Es dürfte nicht leicht sein, dir Zutritt zu verschaffen. Aber ich bin sicher, es wird dir gelingen. Bring sie mir. Lebend. Da Philippa Magie genutzt hat, solltet ihr besser Magier auf sie ansetzen. Auf die kann ich mich nicht verlassen. Seit Lop Muin gehen wir getrennte Wege. Getrennte Wege? Ihr habt sie zusammengetrieben und niedermetzeln lassen. Du vergisst warum. Sie hätten einen neuen Rat ins Leben gerufen. Denselben, den sie einst vernichtet haben. Ich war dafür offen, die anderen Herrscher auch, bis ein gewisser Hexer herausfand, dass die Loge hinter den Herrschermorden steckte. Die Magier erwiesen sich als Verräter, während der Hexer sie geschickt zur Strecke brachte. Geh jetzt in die Berge und bringe mir Philippa Eilhardt. Deine Waffen! Danke. Hab noch nie so guten Stahl gesehen. Die Klinge ist gut, nicht wahr? Wichtig ist die Hand, die sie führt, nicht der Stahl. Die Klinge ist gut, nicht der Stahl. Die Klinge ist gut, nicht der Stahl. Die Klinge ist gut, nicht der Stahl. Entschuldigung? Hexer Geralt? Von Riva? Ja, was willst du? Ich habe eine Nachricht für dich. Warte mal, von wem? Lies sie, dann weißt du es. Triss muss ihn geschickt haben. Ich muss sie finden. Oh! Oh, das war's für dich. Bier und Heimatland Das war's für dich. Das war's für dich.